besser geht es nicht weil es für die angehörigen meistens am härtesten wenn du kerngesund bist und dann weg und dann war es alles aber für einen selbst ist eigentlich die beste art ok naja warte mal da geht es nicht ja aber die beste art ist wirklich einfach um kippen und weg ein großes tam 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 drum mal hier ist nur zwei muss aber erst mal wissen wo das ding anfängt geht es denn hier weiter ja so wenn ich das herz angreife musst du dich um die irse schengen wird sein können ja ja ok ok ob er sie trifft warum warum äh was ja 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 Ok Ich glaube ich hab's Rüber, rüber, rüber Jetzt häng dich fest Nice, ok Haben wir Jetzt geschafft Ah, das haben wir jetzt geschafft Ok Nice, sehr gut Wir haben den richtigen Weg gewählt Und rüber Wir sind Wir sind Ah. Ah. Warte mal. Müssen haben wir nach unten. Okay. Ist da vielleicht die rettende Lösung? Oh. Zack. Wird. Ah. Ne, da geht's noch weiter. Ach so, man kann da... Ah, ich dachte es wäre erledigt. Scheiße. Oder wär das? Und wir könnten das vom Fach jetzt holen. Hä? Hä? Ja, wer kommt da hin? Da oben. Warte mal. Hier oben. Okay. Was ist jetzt hier? Ja. 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 Hoffentlich hab ich mehr Glück. Ah. Das war's. So jetzt bisschen Fell oder wie. Wow. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Von hier aus sehe ich nur zwei Warte mal Warte mal Warte mal Dann werden wir jetzt nur noch ein Drang Ah Jetzt vielleicht Oh, jetzt könnt ihr gehen Warte mal Warte mal Warte mal Jetzt Wie sehen wir noch zwei Warte mal Nochmal runter Ah, Leute Ah, Mensch So Wir wollten die Troje Ja, so wie wir Aber nur wir bekommen sie Hier ist ein bisschen Ja, aber wo ist denn der letzte Tentakel, dieses Herzding? Mit diesen Tentakel-Fiechern. Verstehe das irgendwie nicht. Zwei sehe ich und den dritten nicht. Warum? Warte mal. Was habe ich denn da freigelegt? Wird noch was? Nein. Hm? Wenn ich das Herz angreife, musst du dich um die Irrwischen den Wurzeln kümmern. Ah, und hier sehe ich auch beide. Aber, hm, 402. Das verstehe ich nicht, 402, die ich sehe. Da oben. Okay. Eins. Zwei. Okay. Endlich. Lass. Die. Ich bin nicht fertig. Leute. Oh. Nee. Oh. 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 Wir haben die vier. Steine, oder? Wow. Oh. Super. Cool. Kann ich noch mal da suchen. Oh. Nee. both me. Ich weiß es nicht. Hierfür bestimmt irgendwo, ne? Mhm. Ah, man. Hätten wir doch gut gewesen eben. Nein. Es ist ganz wichtig, dass man hier noch einen vierten macht, weil, Gründe. Wo ist denn der? Ah, jetzt muss ich hier noch was runterballern. Ah, Leute. Oh Gott, hier ist der. Wie komme ich denn? Ach, Leute. Okay, muss ich einfach den Standnamen folgen. Ah, ich war standen. Ah, okay. Hoffentlich war es dann jetzt. Das mit vier. Bitte. Nein. Jetzt runter. Oh, endlich. Puh, danke. Hat hier auch lang genug gedauert. Mal gucken, was wir bekommen. Ähm, jetzt. Ja, schön. Gut, danke. Ein nützlicher Schatz. Ja, abgesehen von den fallenden Stalaktiten hat es auch Spaß gemacht, ihn zu ergattern. Mh. Wir werden ein Zehrversuch ursachen 50% mehr Schaden an Gegnern, die von Empfangen betroffen sind. Okay. Geil. Kann man schon aufwusten. Nice. Gut. Hintergrund. Okay. Dann wird's gehen. Dann jetzt. Ein Schuss zum Abschied. Machen wir jetzt die nächste Spukermittlung. Gott. Okay, 600 Meter. Geht ja noch. Es geht ja noch alles. Okay. Okay. Vielen Dank.